Diese Stadt war das Juwel des römischen Imperiums. Bürger von Pompé! Die Spiele sind eröffnet! Ein Ort der Korruption. Tötet Sie! Der Sünde. Diese Sklave scheint nur Orgen für euch zu haben, Kassia. Und des Kampfes. Wie ist dein Name? Mein Name ist Milo. Um zu überleben. Morgen kämpfen wir. Sklaven, die überleben, bekommen ihre Freiheit. Aus allen Winkeln des römischen Reiches strömten die Menschen nach Pompéi. Was war das? Das war der Berg. Wir fühlten uns überlegen. Spürst du das auch? Aber wir lebten im Schatten einer noch viel größeren Macht. Was auch immer geschehen wird. Wir werden frei sein, mein Freund. Wir müssen zum Hafen. Schilder hoch! Schilder hoch! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR